Musik 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 Zusammen bleiben Such nach einer Luke mit einer Leiter Musik 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 met Wir suchen die Kameras nach meinen Meldern. Und finden Alejandro. Wir brauchen Ablenkungen. Ich platziere Sprengladungen außerhalb. So, du führst mich durch. Aye. Geh an die Kameras. Bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstanden. Viel Glück. Soap, sag Bescheid, wenn ich das Tor passieren kann. Sicher. Los. Greif auf die Kamera da vorne zu und such nach Bedrohungen. Ein Shadow. Leicht zu erledigen. Stich zu und weiter, Ghost. Noch ein toter, Shadow. Kannst losgehen. Shadow, auf dem Balkon. Nimm die Schusswaffe, Lieutenant. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Ich sag's ihr noch. Bleib besonnen, Sergeant. Ich seh dich auf dem Dach. Einer unterhalb. Einer in der Ecke. Die Waffe ist unten. Einer auf Patrouille, innerhalb des Stacheldrahts. Verpass ihm Blei. Schlaf gut, Mistkerl. Ja. Sie tragen Panzerungen, ich muss nah ran. Müllcontainer zu rechten. Zeit, den Müll rauszubringen. So verdammte Scheiße. Einer auf Patrouille, innerhalb des Stacheldrahts. Zustech ihn und weiter. Schlaf gut, Mistkerl. Einer in der Ecke. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Er ist am Boden. Geh hinter den Truck. Ein guter Platz, um eine Ladung zu platzieren. Wie sieht's aus? Leg los, Lieutenant. Bestätige. Bombe platziert. Und weiter. Bewegt dich, Ghost. Drei Shadows voraus. Eine an Truck, zwei um die Ecke. Du brauchst eine Ablenkung. Los, Lieutenant. Meine Wache auf dem Steg. Bereithalten. Ich sage, wann. Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant. Dein Spezialgebiet. Lichter aus. Alles sicher. Geh auf die Seite der Kiste. Ghost, nicht! Das war doof. An die Ecke. Du brauchst eine Ablenkung. Los, Lieutenant. Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant. Dein Spezialgebiet. Lichter aus. Er geht auf die Elektrik zu. Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dort hin. Ich empfehle deine Klinge. Sieht gut aus, Lieutenant. Alles sicher. Shadow, rechts. Du nutzt dein Messer. Shadow am Boden. Ist die Luft rein, Sergeant? Ist die Luft rein, Sergeant? Es ist sicher. Sicher. Los. 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 Lesch dich ihn. scharf es schlaf gut das ist eine blutabnahme gegner neutralisiert ich sehe ein pick-up den du sabotieren kannst schult ihn aus gute nacht arschloch platziere die ladung zwei erledigt bewege mich grünes licht verwende deine klinge aufgepasst zwei schäders erwischt los jetzt koste die seite des gebäudes die auf die seite der kiste einer zu deiner rechten mit dem messer lieutenant ist klar ist klar keine gefahr bewegt scheint sicher einer zu deiner rechten mit dem messer lieutenant der mtw sieht reif in der bombe aus lieutenant auf dem dach koste los jetzt koste du brauchst eine ablenkung alles sicher zwei kommen auf dich zu los jetzt nimm dein messer schlafen bei der zu stechen und weiter guter abschuss geh hoch schade auch voraus und stich ihn gute nacht du nutzt ein messer ich mach das auf meine art sie zu verdammt schön sir du kannst die ladung platzieren roger erledigt weiter zum nächsten zwei komm von der straße rein lass sie durch ein weiterer mtw mit deinem namen drauf rede mit mir sachen geh hinter den truck geh nach links zeig ihm etwas scharfes schlaf gut mist scheint sicher einer ist die am weg mit dem messer lieutenant guter abschuss einer rechts verwende deine klinge sieht gut aus lieutenant gute arbeit wir sind hier fertig johnny haben wir alle handro gefunden perfektes timing ich habe ihn wo moment verdammte scheiße das ist er er ist ein einzelhaft zwei an der tür ich sehe sie ghost wir haben ihn er ist allein zwei scherz auf wache nicht mehr lange treffen vor dem zellenblock wir holen ihn raus verstanden sind unterwegs gute arbeit die warte amigo alle handro hat uns auch geholz ist auch in ikel vamos por unos plaqueros cabron schicken wir sie zur hölle und gehen rein dann ist sicher ok versperrt brechen wir sie auf nein rudi klopfen mir nach schicken wir sie nicht mehr schicken 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 Es kommt mehr, die Treppe runter. So, wir beschäftigen sie oben. Rücke vor. Hande im ersten Stock. Es kommt mehr, die Treppe runter. So, wir beschäftigen sie oben. Rücke vor. So, wir beschäftigen sie oben. Ich brauche Munition. Ich folge dir, Sergeant. Alejandro ist hier oben. Gehen wir. Da ist Alejandros Zelle. Öffne sie. Ich gebe Deckung. Johnny, sobald ich dieses Schloss knacke, stürmst du rein. Dafür sind wir gekommen. Ich weiß, Hermano. Koronell, bleib ruhig. Wir sind es. Soap. Rudy, Ghost. Hast du gedacht, wir lassen dich her? Warum habt ihr so lange gebraucht, Bennechus? Der Himmel ist von Shadows. Das wird die Hölle. Bekämpfung wie Feuer mit Feuer. Es sind mehr Vaqueros in den Zellen oben. Holen wir sie raus. Orale dir nach, Rodolfo. Hast du Graves hier gesehen? Nein. Ich habe vor, ihm einen Besuch abzustatten. Oh, mich auch. Sie haben Wachen auf allen Getassen. Bereit halten. So, erwürft sie mir egal was. Hijo aus der Puta. Erledigt alles, was ich spüren. Oh, sie haben Wachen auf allen Getassen. Bereit halten. Kaiser Schilde. Soap. Ähm, egal was. Was ist das sicher? Los Vaqueros sind in diesen Zellen. Wir sind da, Vaqueros. Zeig die Umsätze zu gehen. Wir sind elektrisch verriegelt. Schalters zu dem Kommando posten am Flurende. Bin dabei. Mordale, mis hermanos, hasta la muerte. Schalte sie ein paar Rakat-Waffen. Nur eine und warte hier. Comandante, estás vivo? Wer ist von uns mit dir? Hier. Bindito sea. Ninguna Prisión puede detener a los Vaqueros. Schalte sie ein paar Rakat-Waffen. El único, die können... Schalte sie ein paar Rakat-Waffen. Wir müssen los. Es war der Spicerraum. Stiften wir etwas Chaos. Orale. Die Shadows wissen von uns. Wir müssen los. Wir müssen los. Es war der Spicerraum. Stiften wir etwas Chaos. Orale. Schalte sie ein paar Rakat-Waffen. Die Shadows wissen von uns, also vor sich. 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 Das ist ein Schauspieler, Coronel. Das ist ein Schauspieler. sammeln so bei den türen los geht das mit den lichtern geht mir auf den keks so bei den türen los geht es nicht mehr so bei den türen los geht es nicht mehr so bei den türen los geht es nur Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, so. Moment. Okay. 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 Los! Und das macht bumm. Gute Arbeit! Weiter! Wer macht das schon? Abschauen! Was ist das? Vorerst. Rodolfo, wohin? Durch das Gewalt! Auf die Seite! Die Shadows sind verrückt! Na, Johnny. Verdammte mächtige Ernst. Scheint ruhig zu sein. Nehmt alles, was wir im Kampf brauchen können, Johnny. Das Gewalt ist ein Feuerstück von oben. Wartet auf mein Saison. Bestätigt. Alles gut. Gut. Er ist ein Stoff! Halt den Vakero! Roger, wir rücken. Wir sind in Hoffnung, okay? Wir sind in Hoffnung. Wir sind in Hoffnung. Wir sind in Hoffnung. Wir sind in Hoffnung. Wartet auf mein Saison. Bestätigt. Alles gut. Wir sind in Hoffnung. Wir sind in Hoffnung. Wir sind in Hoffnung. Wer sind in Hoffnung? Die Saison sind in Hoffnung. Er ist ein Stoff! Dann mal los. Wartet auf mein Sison. Bestätigt. Alles gut. Er ist der Stock. Ausdruck dem Barqueros. Roger. Wir müssen den Hof sichern, um rüber zu kommen. Der Schutz von Omen, wartet auf mein Sison. Versteht nicht. Alles gut. Wir müssen den Hof sichern, um rüber zu kommen. Wir müssen den Hof sichern. Es kommen noch mehr, sie haben Schilde. Und wir Kanaten. Wir müssen den Hof sichern. Wir müssen den Hof sichern. Wir müssen den Hof sichern. Wir müssen den Hof sichern, um zu kommen. 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 Und wir müssen den Hof sichern, um zu kommen. Roger. Für den Moment sind wir sicher, aber Shadows sind unterwegs. Verlasst euch drauf. Sergeant McTavish. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost. Garrick. Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Schüppert-Untertauchte hat sie uns informiert. Laswell, ein Fels in der Brandung. Coronel Vargas. Das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas, Ghost. So. Überwachung, sofort. Schüppert. Wenn es in diesem Turm Waffen gibt, benutze sie. Mehr Schwarzschalke kommen von vorn. Granate ist raus. Für Leberhimmel, seht euch das an. Ich habe einen Granatenwerfer. Unterstünde am Feuer. Verbündet ihr mit an die Seine hoch. Die Ohren. Ziehen wir ab. Die Schäuze müssen auf den Weg nach. Schollte sie aus. Ein, vier. Ein, umgelegt. Wir sind stopped, Herr Coronel. Lass uns hier verschwinden, Hermanos. Die Mauer, unser. Wir verschwinden. So, schnapp dir das Seil. Wir verschwinden. Lass uns gehen, Johnny. Wir sind hier fertig. Die Zwei gehören uns. Check. Brodoifo, nimm den Truck, mit dem wir gekommen sind. Warte, Herr. Markeiros, zu mir. Brudy, treffen beim Haus. Ja, Coronel. Viel Glück. Captain, wir nach. Verstanden. Gas, fahr. Wenn dabei. Ghost, go. Wir machen das. Alles rein. Schäuze. Dort drauf, Gas. Und Shepard hat uns aufliegen lassen. Ja, Graves hat uns seine Shadows geschickt, um uns zu töten und los Bakeros zusammenzutreiben. Wir wissen wieso. Aswell hat ein bisschen gekratzt. Was habt ihr gefunden? Die Wahrheit. Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpfen. Die Mission war nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Graves? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Goten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Jep, 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 jep. General Shepard wartet auf einen Bericht. Lass die nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Durstige Freunde. Shadow 2, ein Gold Eagle Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7 Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Eagle Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Ericsson. Was ist los? Da ist mein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Braves, Vance. Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Das gefällt mir nicht. Dein Arabisch ist furchtbar. Di Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus? Vance, Di Paolo, los. Helft ihm schon. Was zum Faker? Drei, eins ist tot. Drei, er frei, Di Paolo. Wer zum Faker sind diese Typen? Zurück, zurück. Alle Einheiten, Druck in Kontakt. Behnung, doppel Schuss. Mehrere Tote. Kontakt, hilf. Wir brauchen Hilfe. Hier drohen Igel, Formando. Verliert die Fracht auf keine Kraft. Alle Einheiten, Auflaufen, in die Gemeinden. Auf den Dach. Raketenwerfer. Wir sind im Klingel. Wir sind im Klingel. Wir sind im Klingel. Das ist in der Sitzke. Formando, er wird der Reingreifkopf ab. Negativ, wir kämpfen mit den Waffen. Die General, Sie brauchen Hilfe. Sie sind meine Hilfe. Kümmern Sie sich. Das sind russische Zeuster. Was zur Hölle treiben die da draußen? Alle Einheiten, die am russischen Zeugner hier draußen. Das ist ein Faker. Die Feinde sind russen. Ganz am, Brave. Wir sind so viele. Brave, wir brauchen Verstärkung. Kommando, meine Jungkräfte schlöchert. Sie braucht Luftunterstützung. Können wir nicht. Brave, doch das nicht. Mist, Lufta! Ja. Vance. Vance. Fuck. Ericsson, ihr Graves. Wo stehst du? Fuck. Vance. Paolo. Hör dir nichts. Ich brauche einen E-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Ich will die Situation eingedämmen. Das heißt, keine Berichte über diese Operation. Graves! Meine Männer werden von russischen Zeugner beschleunigt. Sie haben das... Die Situation ist nicht unter Kontrolle. Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hass an. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihm zu nahe. Und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassan hat noch eine. Wir müssen sie finden. Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Captain. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke, es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden. Es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit ihnen? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss. Und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Sonst halbieren wir ihn. Sonst halbieren wir ihn. Und dann stecken Sie sie. Sonst halbieren wir ihn. Wir sind nicht 1-4-1 oder Los Baqueros dabei. Wir sind ein Team. Ghost Team. Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nicht. Meine Truppen kennen die Fuerzas Speziales Anlage besser als Sedo. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht, sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Bases mit zwei Ghost Teams. Team 1 bestet aus Captain Price, Gas, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Baqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Helly. Mein Pilot bringt den Captain rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangsdorf feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves fortgekommen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier und wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Jess und ich Valeria suchen und ihn Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. Vier Ghosts im Tunnel. Okay, Ghosts funktioniert noch. Was ist denn? Wie ist euer Status? Ein Kilometer vom Tor mit Soap und Ghost. Okay, du kannst dich halten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Gas, gib Deckung. Abmarsch. Feuer frei, Herr Hermanos. Bleib bei ihm, Gas. Wartung. Das ist nie euer Ernst hier, oder? Geht das weg? Moment, hör. Boast Team ist die Mission. So, wo sehe ich denn Ob die Shader Optimierung Das Spiel muss neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird. Dann machen wir das doch. Weil das geht ja überhaupt nicht. Bleib bei ihm. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ungefähr alle fünf Sekunden ist ein Prozent, also es dauert lange. Stundenspäter. Spenden Stream jetzt, das hat keinen Sinn, das dauert zu lange. Ich muss das Problem erst in den Griff kriegen, sorry, geht heute nicht weiter. Dann frohe Weihnachten würde ich sagen, vielleicht bis morgen Abend oder so, tschau.